Hallo Leute und heute das Video probiert mit euer Pili Bones und zwar mit den Expresso Monsters Und ja, ich finde das richtig geil. Erstmal hier das Design. Ich zeige euch mal ganz kurz. Wir haben hier einmal Expresso Vanille, was auch ein richtig geiles Design hat. Also das Design von diesen Expresso Edition finde ich mega nice. Das haben sie echt ein cooles Design gemacht und dann haben wir ja Expresso Milch Und ja, allein das Rot und das Blau, also beide Sorten gefallen mir von Design, von Dosen Designen richtig gut. Hier oben ist es dann Gold. Also allein dieses Gold finde ich nice und dieses Schwarz und Blau und Rot finde ich mega cool. Das ist echt ein cooles Dosen Design. Also wirklich, da muss ich echt sagen, das gefällt mir richtig nice. Wenn jetzt noch das Getränk hier noch geil ist, dann ist es auf jeden Fall mega Sache. Ja, Energy und Kaffee ist immer so eine Sache. Ich habe jetzt einmal einen getrunken, der hat mir nicht so gut gefallen. Und zwar von Booster. Und deswegen bin ich jetzt hier auf jeden Fall sehr gespannt, wie das schmecken wird. Ich würde mal sagen, ich fange hier mal an mit Expresso Milch. Also normale Expresso mit Milch. Ich mache die mal auf. Was ich jetzt auch ganz cool finde, das ist jetzt das Logo hier drin. Na. Zeit. Und es riecht sehr nach Kaffee. Also es riecht schon krass nach Kaffee. Also und was ich sagen kann, das sieht auf jeden Fall auch so Kaffee farben. Also ja, blöd. Ich hätte jetzt mal ein Glas holen können oder so. Aber ich wollte ja dann nicht aus dem Glas trinken und dann alles miteinander vermischen. Deswegen, ich dachte, ich trinke das mal hier aus Dosen. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich koste jetzt einfach mal. Ja, und es schmeckt wirklich nach Expresso. Es hat ein, ja, ein Glütz. Ich würde sagen, ich werde es einfach nochmal probieren. Es schmeckt jetzt nicht, also ich schmecke hier kein Energy raus. Also, wenn denn nur ganz wenig, aber auf jeden Fall mehr Expresso Geschmack. Also, kann man auf jeden Fall trinken. Ähm, ich würde jetzt nochmal probieren. Ja. Ja, also ich würde sagen, das kann man definitiv, definitiv trinken, wenn man so Expresso mag. Äh, schmeckt jetzt auch nicht ganz so extrem nach Kaffee. Aber, also, also leicht. Es hat so einen schönen, also leichten Kaffeegeschmack, ne. Ja, würde ich sagen. Ja gut, ich werde mal die nächsten hier probieren. Und zwar Vanille-Expresso. Aber, also jetzt eine Empfehlung kann ich jetzt nicht aussprechen, wenn man es mag. Ich muss dazu sagen, ist jetzt vielleicht auch, äh, nicht so praktisch, aber ich habe die jetzt nicht gekühlt, äh, ich habe die jetzt nicht in, äh, gekühlt, also in den Kühlschrank gepackt gehabt, sondern warm. Ich trinke die warm. Aber ich den, äh, ich wollte jetzt nicht den Geschmack verfälschen. Und wenn es kalt ist, dann schmeckt es ja ein bisschen anders. Es wird wahrscheinlich kalt noch ein bisschen, nur mal besser schmecken, aber ich wollte es jetzt einfach mal so probieren. Und hier haben wir ein gewisses, riecht es auch wieder nach Kaffee, ein bisschen, aber ein bisschen süßer, ein bisschen, und es ist leichter Vanille-Aroma. Ähm, ich werde mal einen Schluck trinken. Ja, also hier würde ich sagen, hier schmeckt man ein bisschen mehr an der Tiroz. Aber ein bisschen, also hier kommt, ich, Vanille, ich weiß jetzt nicht genau, Vanille, ob man hier, also krass, ich werde einfach nochmal einen Schluck probieren. Ja, also im Nachgang schmeckt man hier die Vanille raus, aber ich finde, dass die beiden relativ gleich schmecken. Ja, ich würde jetzt hier keinen sagen, der ist jetzt der Bessere, oder der ist der Bessere. Man kann beide trinken. Ich würde sagen, ich habe auch schon mal einen besseren, ähm, Expresso getrunken. Also, mir hauen die jetzt nicht so von Hocker. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sie kalt schmecken. Kalt werden sie wahrscheinlich um einiges besser schmecken, aber ich werde hier keine Empfehlung machen dafür. Das muss ja, da guckt ihr einfach mal selber, ob ihr mal sowas trinken wollt, oder nicht. Ähm. Ja. Ich würde mal sagen, ich bin hier fertig mit den beiden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, und ciao. Ciao.